Hallo meine Freunde, wir spielen eine Runde Waffenmeister hier im Zieberturm und schauen wir mal, vielleicht können wir ja diesmal ein bisschen was reißen. So, da lief doch gerade was. Shit. Ja, aber, nein, Hilfe bei Kill 2 mal. Warte mal, ich muss hier mal kurz, so. Jetzt, das Mauspad mal ein wenig ausrichten quasi. Nein, da ist noch einer. Das sind noch ganz viele. Ui. Ja, der Anfang, der ist ja schon mal etwas, äh, ja. Noch nicht so, aber das kennt man ja, solange bis man eine gute Waffe hat und dann geht's meistens los. Ui, gerade noch erwischt. So, das ist ja irgendwie so ein bisschen die Nervwaffe. Weil mit der habe ich es nicht so wirklich hundertprozentig raus. So, das ist unsere, hallo. Ja, hier steht jeder unter Beschuss, brauchst du gar nicht. Nein, lad nach. Nein, 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 ja, ja. Hä? So, wo waren jetzt die? So, da unten ist schon einer. Boah. Oh, Mann. Diese Waffe, wenn es nicht gäbe, dann wäre ich um einiges froher. Ich mag die persönlich nämlich nicht, aber das, äh, ja, ich sag mal, anfangs, da konnte ich diese Sechschuss-Revolver auch nicht ausstehen. Hat sich ja mit der Zeit dann auch so ein bisschen gebessert. Weil jetzt renne ich ja mittlerweile mit der Rex rum. Ich glaube, der war oben, oder? Einfach mal immer in Bewegung bleiben. Hey, das war schon mal ein zweiter. Mann, ey. Ich habe den anderen auch noch vorhin gekillt. Manu. Muss ich nochmal mit der hier rumlaufen. So, hallo. Genau, der läuft schon mit einer Pappkanten. Na komm schon, gib mir endlich eine bessere Waffe. Ich hasse das Ding. Der ist von uns. Nein, da ist noch ein Fenster drin. Lass nach. Puh! Mann, ey, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Komm schon. Nein, da waren schon wieder zwei. Das gibt es doch nicht, ey, Manu. Wie ich es hasse. Da unten ist gerade einer rein. Mann! Nein, ich schaue mir die Statistiken nicht an. Nein, das ist unserer. Da kommt schon einen. Ich brauche nur einen einzigen noch. Nein, das ist unserer. Das waren aber nicht unsere. Meine Fresse, ey. Tja, äh, ich glaube mal, wir kommen heute nicht allzu weit nach oben. Halt, da ist eine Sackgasse. Na, endlich. Ach komm, ey, jetzt hat er uns... Ah, Mist, ey, jetzt rennen wir wieder mit dieser Rotzwaffe durch die Gegend rum. Ah, ich war so froh, dass der Scheiß vorbei ist. Ja, 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 halt die... Ah. Komm. So. Mann, stopp doch einfach! Ich hab für dich keine Zeit, Mann. So, kommt er mir nach? Schnell nachladen. Das ist unserer. So, hallo. Irgendwo ballert es hier, aber ganz gehörig. Hallo? Juhu! So, jetzt, äh, Automatikwaffen. Jetzt kannst du ja langsam mal ein bisschen vorwärts gehen. Oder auch nicht. Wie schaut's denn aus? 24, 25. Es wird bald vorbei sein, denk ich mal. Alter, geht doch mal weg. Oh, Mann, ey. Das ist mal wieder so eine Runde, wo ich einfach nur die ganze Zeit meckern und maulen könnte. Aber ich tue's nicht. Meckern und maulen bringt mich nämlich auch nicht weiter. Juhu! So, komm schon. Nein. Fix nachladen, bevor der da hochkommt. Juhu! Komm, 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 komm. Lauf! Ich hab Angst. So. War das jetzt der Typ? Oh nein, ich hör schon wieder Musik. Nein! Wo war der denn? Genau. Und dann vor allem hier mit so einem Pumpgun-Dings auf die Entfernung, weißt du? Ich kratz den ja noch nicht mal an aus der Entfernung. Komm, rin da. Lauf, lauf, lauf. Da hinten ist was. So, lauf, lauf. Uah, Granaten. So, die Bandern da, weiß der Geier worauf. Schießt er auf mich? Nee. Oh Mann. Doch, da war einer hinter mir. Der zweite. Hat man ganz kurz gesehen. Komm, geh weg da. Nein, Mann, ey. Ich dachte eigentlich, der kommt weiter durchgelaufen, aber naja. Denken ist hier, glaube ich, Glückssache. Nein. So, ich denke mal, es wird bald vorbei sein. Außer der Typ stellt sich ein bisschen an mit dem Messer. So wie wir uns, äh, vor geraumer Zeit. Hätte ich da ausflicken können. Bin ich auch so ein klein wenig. Nur ein bisschen. Wo war der denn? Boah, da vorne war doch noch einer. Wieso hat er den nicht erwischt? Oder wieso hat der andere nicht auf ihn geschossen? Fragen wir das mal lieber. So, wir gehen nach oben. Da außen. Lauf und laden nach. So, laufen, laufen, laufen. Nein, das ist er, das ist er. Da ist er, da ist er. Ja, genau. Komm, hoch, hoch, hoch. Und dann, da lang? Nein, das war der Typ mit dem Messer. Ui, na 15, da sind wir schlecht. Jetzt schauen wir mal auf die Statistik. Ei, ei, ei. Ja, diese blöde, die zweite Waffe, die hat uns so viel gekostet. Glaubst du gar nicht? So. Aber immerhin, wir haben ein Sternchen bekommen. Für was haben wir denn ein Sternchen bekommen? MP443. Hm, na toll. So, 5000 kleine Pünktchen hat es gegeben. Und, äh, ja, komm, das brauchen wir nicht. 16,22. Na, okay. Nicht so negativ, wie ich dachte, aber naja. So, ähm, vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, Let's Play Battlefield im Multiplayer-Modus. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüssi. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.